Musik Ich bin heute in B. wie Bad Schmiedeberg und spreche hier zum Thema Bundeshaushalt. Die SPD steht für einen stabilen Bundeshaushalt und einen handlungsfähigen Staat. Eine gestaltende Haushaltskonsolidierung muss Richtschnur unserer Haushaltspolitik sein. Dabei führt einseitige Sparen nicht zum Ziel, sondern vielmehr eine Verknüpfung von Sanieren, Reformieren und Investieren. Unser Ziel ist es, möglichst bald einen Haushalt ohne neue Schulden vorzulegen. Herr Steinbrück hat in Finanzfragen viel Erfahrung und ist der richtige Mann an der richtigen Stelle. Wir senken so die Zinslast und schaffen dadurch finanzielle Spielräume. Diese Spielräume brauchen wir für faire und nachhaltige Finanzierung unserer Kommunen. Nur so können wir eine leistungsfähige öffentliche Grundversorgung mit Energie, Wasser, Abfallbeseitigung, aber auch mit dem Betrieb von Bildungs- und Kultureinrichtungen ermöglichen. Das betrifft auch Bad Schmiedeberg und all die anderen Kommunen in unserem Wahlkreis. Als Mitarbeiter im Wittenberger Rathaus weiß ich, wovon ich spreche. Wählen Sie mich für den 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen. Bis zum nächsten Mal.